hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von johnny's world hier heute mit teil 2 des casis sets ky1 3x die 05 der german 80 cm e railway gandora große kleinschreibung haben sie nicht so drauf da in china 3846 teile hat dieses monster von klemmbaustein modellbau hier zu bieten alles ohne bauschrittunterteilung also das ist wirklich maximaler bauspaß im urzustand könnte man meinen und es dauert auch ein bisschen das ganze zu bauen im ersten teil sind wir gerade mal fünf seiten weit gekommen und haben in der bauanleitung ja und haben hier das hier geschafft also es geht zur sache es geht voran definitiv wer sich von euch gewundert hat warum da so viele aufkleber mit keine minifiguren enthalten eben auf der verpackung waren das kommt daher dass die beiliegenden minifiguren zum einen den von lego sehr sehr ähnlich waren und außerdem mit in deutschland verbotenen zeichen gekennzeichnet waren gleiches gilt hier übrigens auch für die fliesen die hier drauf sind ja in der internationalen version sieht man da halt das kreuz was wir hier in deutschland bis 45 weit verbreitet hatten wie es im original auch war für den deutschen markt musste das unkennlich gemacht werden ansonsten stimmt hier der druck keine aufkleber drucke ja historisch korrekt die nummer hier das war das geschütz was in sevastopol gestanden hat ja also wirklich sehr schön recherchiert von unseren chinesischen hersteller qualität der steine war bis jetzt gut es lässt sich gut bauen man sucht sich halt schon ein bisschen den wolf weil es ist reichlich und alles in dark grey ja da kommt freude auf bauanleitung gut verständlich klammer gebunden am anfang recht wiederholend und wir sind jetzt hier auf seite 6 bauen hier diese kisten die hier vorne drauf kommen und dann bauen wir als nächstes hier die überbauten die brücken zwischen den beiden weil das ganze geschütz war auf parallelen schienen weil es so riesig war dass man es nicht anders irgendwie hätte bewegt kriegen können man halt sich das mal vor augen 80 cm kaliber das ist ein bisschen jenseits von gut und böse würde ich mal meinen und damit auch das größte mobile geschütz das je gebaut worden ist ja und hier sind wir dann gleich auch wieder dabei da bauen wir hier eine relativ komplexe struktur und am ende dieser ganzen baugeschichte hier also viele viele seiten baut man erst mal vor sich hin kriegt man dann die erlösende info dass man das ganze zweimal machen darf clever wie wir waren haben wir vorher schon geguckt also bauen wir das dann sowieso gleich parallel zweimal aber erst mal bringen wir eben die kisten drauf an und dann stürzen wir uns hier auf das hier jetzt haben wir hier sechs solche kisten aufgebaut jeweils zwei hier vorne und jeweils eine hier hinten die sind eigentlich relativ primitiv aufgebaut sind allerdings auch so semi gut ihr seht das hier es passt nicht richtig wenn man die den deckel hier das einfach eine 2x3 fliese auf das gelenke drauf gesetzt hat und es dann versucht zuzumachen entweder steht die kiste hier ein bisschen offen oder wenn man sie zudrückt geht sie hin wieder ein bisschen los also das ist weil diese teile hier ein tucken zu lang sind und wenn ihr hin guckt seht ihr auch die haben verschiedene farben wir haben hier zwei verschiedene tannen darkten farbtöne ich weiß nicht ob die aus der gleichen fabrik kommen oder ob das verschiedene chargen sind oder von verschiedenen herstellern ich kann es euch nicht sagen sonst lässt es sich gut weiterhin mitbauen alles gut ja hier getreu dem motto wer mit dem schwert lebt wird durch das schwert sterben habe ich mir hier schwerste verletzungen zugezogen hier geblutet hat es ich habe jetzt hier mal um zartere gemüter nicht irgendwie zu belasten schon mal die wunde versorgt aber ich sage euch das war schlimmer als ein aufgekratzter mückenstich erfasst was dadurch allerdings hier wirklich klar geworden ist die steine sind von der klemmkraft gut aber sie sind scharfkantiger als jetzt zum beispiel die die man von anderen herstellern gewohnt ist man sieht es auch so wenn man jetzt die steine anguckt die passform ist nicht hundertprozentig super aber es lässt sich soweit ganz gut mit bauen ansonsten ist das hier wirklich repeat 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 wir bauen hier alles zigmal das ist halt einfach so es ist ein industrielles großprojekt hier was wir als modell bauen und dementsprechend ist halt auch das bauen an sich also da wirklich hörbuch an oder video bei gucken und still vergnügt vor sich hin bauen also das ist was wirklich wo man kommt ein bisschen bei abschaltet und dann einfach baut 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 nicht aufregend aber entspannt bis auf wenn man sich hier schwerst verletzt so sind jetzt hier auf seite 9 bauschritt 43 und hier nehmen langsam die verbindungsteile die hinterher zwischen kommen konturen an ist wirklich sehr kleinteilig macht spaß zu bauen definitiv und mal ein wort zu der bauanleitung die ist wirklich bisher sehr gut verständlich man kann alles exzellent gut erklären erkennen und auch die erklärung hier von diesen bauschritten wie hier was gebaut wird und so ist alles super es wird nicht zu viel erklärt es wird passend erklärt also das macht wirklich spaß hier nachzubauen und es ist wirklich erschreckend wie weit wir schon gekommen sind und das gerade mal auf neun seiten ja da hätte man bei anderen herstellern vielleicht die ersten 20 teile verbaut und wir haben hier schon ich würde mal sagen vielleicht die ersten 800 verbaut ich habe nicht mitgezählt aber dadurch dass wir hier alles zwei bis vier bis acht mal bauen kommen hier recht schnell eine ganze menge teile zusammen so hier bei diesem teil habe ich jetzt schon die brücke fertig gebaut und eingesteckt die wird hier mit so kreuzachsen eingesteckt ist also wirklich modular aufgebaut das heißt wenn ihr das ding transportieren oder irgendwo anders hinbringen wollt könnt ihr das genauso wieder zerlegen wie es beim original auch war hier einmal sieht man das ist der große brückenmittelteil und da kommen dann hier diese teile drauf ich denke mal die werden hinterher hier noch mal überbaut werden um das ganze zu stabilisieren leider habe ich das gefühl dass mir hier ein teil fehlt und zwar diese slopes da müsste hier eigentlich auch einer drauf und ich habe schon gesucht ich habe nicht gefunden das heißt nicht dass er mir nicht hier wo zwischen die teller hin gerutscht ist von daher bin ich mir nicht 100 prozent sicher aber ich habe mir so gut es nicht gefunden ist ein bisschen schade weil es halt eine farbe ist die relativ selten ist hier dieses dark ten in dieser slope form auf der anderen seite wenn ich mir hier das fertige modell anschaue sieht man das hinterher gar nicht mehr weil da kommt jetzt noch eine verkleidung oben drauf gestülpt wo dann hinterher hier das rohr auch oben drauf montiert wird und so dass man das eigentlich gar nicht mehr sieht also das sind wirklich hier farbfeinheiten die sind dafür da dass man das sich angucken kann wenn man es wieder auseinander baut auf der einen seite sehr cool auf der anderen seite halt schade dass ausgerechnet dieses teil fehlt ich werde jetzt mal schauen dass ich mal aus meinem fundus überhaupt irgendeinen slope finde was die form hat dann hier drauf bauen kann damit es weiter geht ich denke mal man kann auch weiter bauen ohne dass man das hat in grau sind hier auch noch verschiedene slopes da von da ja aber ja keine ahnung wir werden im weiteren verlauf des baus sehen ob ich das ding irgendwo nur verbummelt habe oder ob es wirklich nicht dabei ist oder wie auch immer so wir sind jetzt hier auf der 18 bauschritt 74 ja und auch hier war wieder alles doppelt zu bauen ja wir haben hier diese beplankung hier jeweils gebaut mit diesen ja stütz streben oder was das auch immer sein soll also es ist wirklich immer alles doppelt 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 und damit der spaß ja nicht endet haben wir das gleiche auf der anderen seite auch noch mal zu tun wenn man baut halt jede beplankung die kommt dann halt mit der 90 grad bau richtung zum kehr hier drauf und weiter geht der spaß ja das geht noch mal ganz ein teil seiten so weiter ja hier die komplette seite 19 der da wiederholen wir eigentlich das was wir eben auf der anderen seite gemacht haben mit ganz geringen variation und dann haben wir dann hinterher auf der seite 25 endlich die beiden brückenteile fertig die hier unsere dora rollschuhe quasi zusammenfügen sollen ist ein mühsames bauen aber wie schon sagt man kann sich da wirklich total drinnen verlieren und baut hier einfach vor sich hin man sollte nur immer vorher gucken wie oft was gebaut werden muss was uns ärgert man sich wirklich im pin in den intern sonst ist man da durch und dann auf einmal sagt er nochmal der ganze spaß von vorne von daher immer gucken dann direkt parallel bauen dann kommt man voran da kann man die sachen schneller und besser raussuchen ich glaube sonst wird es hinterher doch arg mühsam so jetzt sind wir ja auf seite 23 bauschritt 97 wenn sie jetzt schon richtig weit fortgeschritten und haben hier den ersten überbrücker hier soweit fertig verkleidet und hier muss jetzt auch nur noch das was wir hier vorbereitet haben drange gebracht werden wird dann hier auf die 90 grad bau richtungs umkehr noch drauf gepackt wir haben jetzt hier so ein bisschen Deko gebaut wofür hier diese skistöcker da sind kann ich mir nicht so ganz erklären wenn einer von euch so ein bisschen technische ahnung hier von der ganzen geschichte schreibt mir doch unten in die kommentare rein wofür war das wirklich da was soll das darstellen abstand halter macht ja wohl keinen sinn oder ist das irgendwas ich habe ich kann mir da keinen reiben drauf machen wofür das gut sein soll ich weiß nur und dass das dafür prädestiniert ist abzubrechen wenn man da irgendwo dran hängen bleibt hier irgendwie beim bauen hat man die wahrscheinlich hinterher abgeknickt ist ja nur ziemlich filigran das ganze ansonsten sieht man langsam dass es ein ganz schöner brecher wird das hier drauf und dann setzen wir den auch noch drauf dann kommen hier die gewickplatten an der seite noch dran dann hier noch ein bisschen verkleidung für den bereich dann haben wir uns so zwei mal das ganze bauen durch so mit bau schritt 99 haben wir jetzt hier die beiden brückenteile hier fertig ja und man sieht jetzt hier rollt das schön vor sich hin und das ist jetzt auch die grundfläche die hinter das die eisenbar das eisenbar geschützt an sich hat was dann hinterher groß macht ist halt vorne der lauf der ist natürlich riesig der macht es noch mal ein stück länger aber auch so ist es schon durchaus ein gewaltiges gebilde hier jetzt werden wir hier jetzt sind wir mit dem vielfach bauten erstmal durch ab jetzt geht es hier ein bisschen abwechslungsreicher weiter jetzt werden wir erst mal einmal hier das ding zu machen oben drauf dann die verbindungsstücke die hier zwischen kommen bauen und dann hier den hier noch zu machen und dann haben wir hier unsere pordance eigentlich soweit durch ja und dann und dann kommen wir schon dazu und bauen hier das geschütz an sich oben drauf so jetzt sind wir mit bauschritten 99 fertig sind hier auf seite 25 und sind jetzt hier mit der mehrfach bau geschichte erstmal soweit durch haben jetzt hier unsere beiden schienen seiten fertig rollt auch beides problemlos und jetzt kann man ungefähr schon mal abschätzen wie groß der unterbau ist es ist wirklich ein ganz schön großer möppel aber die wirklich monströse länge dieses modells kommt hinterher hier durch den lauf der noch da oben dran kommt also da kommt noch einiges und in der höhe hier kommt so eine krankonstruktion drauf hier das plateau die plattform wo dann das geschütz an sich drauf ist da kommt noch einiges auf uns zu aber nicht mehr heute bei dem großen und ganzen auch wenn das hier in der bauanleitung nicht so ist haben wir jetzt hier halbzeit weil man sieht das daran dass die teller hier langsam auch erheblich leerer werden es ist jetzt langsam auch nicht mehr so schwer sachen zu finden weil man halt so ein bisschen weiß wo was licht und es auch erheblich weniger geworden ist so dass man es wühlen kann hier gerade bei meinen bei meinen gläsern da fällt auf also mein lieblings bauteil hier bei diesem set ist übrigens dieses hier ja diese inverted teils die man von unten irgendwo dran machen kann die finde ich super die sind klasse da kann man sachen schön auch mit unten drunter zum einstabilisieren aber auch verkleiden da hätte ich gerne mehr von ja ansonsten geht es jetzt hier damit weiter wo wir gerade bei verkleiden sind wir werden jetzt hier oben das ganze zu machen auf beiden und dann hier Die verbindung hier zwischen bauen so dass das ganze dann immer schön parallel bleibt beim fahren Aber das machen wir nicht mehr heute das machen wir in teil drei weil hier ist jetzt für heute erst mal feierabend haben auch genug gebaut ist wirklich ein mobbeliges ding Ich habe ein paar von euch von paar kommentare in teil 1 gehabt von wegen ja hier nazi gedönse geht gar nicht und auch wenn es nazifiziert ist und das gehört ja trotzdem verboten also um das mal klarzustellen ich hasse nazis Und ich mag kein krieg aber mich fasziniert hier diese werttechnik die im zweiten weltkrieg war enorm und das ding war eine ingenieurs meister leistung wenn auch ein strategischer hirnfurz aber das dingen zu bauen das war schon eine meisterleistung da gibt es nichts dran zu deuten dass das dingen irgendwie nach drei tagen leer geschossen war und danach ein riesen klumpen altmetall der flicks mehr zu gebrauchen war andere geschichte aber das ding zu planen und zu bauen das war schon holler die waldfäde ziehe ich meinen hufe dass es dafür war um menschen möglichst effektiv zu töten ist definitiv nicht gut gar keine frage aber das war bei allen sachen die für den krieg schon immer waren und die faszination dabei ist für mich wie die gleiche wie für eine ritterrüstung oder äh für irgendwelche schlachtformationen äh irgendwie bei alexander der große oder burgbefestigung also diese ganze waffen- und wehrtechnik die fasziniert mich ist es aber nicht so dass ich irgendwie krieg toll finde ich finde es wunderbar dass wir in einer zeit leben die wirklich schon seit jahrzehnten friede für europa gebracht hat das hat es so in der länge noch nie gegeben wir können uns alle glücklich schätzen in so einer zeit zu leben die menschen die diesen krieg hier geführt haben die haben mit ihrem blut dafür bezahlt dass es uns heute so gut geht und leider haben wir heutzutage menschen unter uns die vergessen dass die sind wie die kuh der es zu gut geht die gehen aufs eis die fordern das schicksal heraus die wollen das wieder aufbrechen für ihren kurzfristigen eigensinnigen und egoistischen vorteil und wollen uns wieder dahin bringen dass wir uns in länder zerspalten und gegenseitig an die kehle gehen bitte lasst das nicht zu und lasst uns solche sets hier mahnung sein denkt drüber nach seht nicht nur dass das ding von irgendwelchen nazis eingesetzt wurde um sevastopol zu beschießen sondern denkt einfach an das was damals passiert ist und arbeitet mit daran dass es nie wieder passiert meine bitte an euch so hier genug jetzt moralisch daher geschwafelt das war es hier mit teil zwei bald geht es weiter mit teil drei schreibt mir mal wieder eure meinungen gedanken zu dem ganzen dingen hier unten in die kommentare wie immer möchte ich gerne von euch da was zu hören ach so ja an einer stelle hat die ganz vergessen habe ich erst gedacht mir wird was fehlen hat sich dann aber wieder angefunden es war allerdings nicht da wo alle anderen teile von der art waren sondern in irgendeinem total anderen beutel also wenn ihr das selber baut und denkt es fehlt was guckt ganz genau hin ich habe jetzt ein bisschen improvisiert das ganze das ging auch ich krieg es jetzt nicht wieder raus gebaut wenn man es einmal eingebaut hat tut man sich das nicht wieder anders auseinander zu reißen ja in diesem sinne ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel spaß bei eurem eigenen bauprojekt bis bald tschüss